Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Photoshop die Sprache ändern kannst. Und zwar sehen wir gerade, dass es auf Deutsch eingestellt ist, vor allem hier oben, wir sehen die Datei bearbeiten und so. Und jetzt zeige ich dir, wie du es auf Englisch bekommst. Und zwar gehen wir hier in die Suche Photoshop ein und dann drücken hier Rechtsklick, Dateispeicherort öffnen. Und dann sehen wir hier Adobe Photoshop markiert, da drücken wir nochmal Rechtsklick, dann Dateifad öffnen. Und dann scrollen wir hoch und zwar ganz hoch und dann sehen wir hier Locals. Wir drücken da drauf, dann auf DE, danach auf Support Files und dann sehen wir diese Datei hier. Wenn wir diese Datei bearbeiten, kriegen wir dann eine andere Sprache. Das ist wirklich die leichteste Methode, die super schnell geht, um das zu ändern und du musst gar nichts installieren. Und zwar markieren wir das hier, Rechtsklick, umbenennen und fügen hier ganz am Ende noch einen Punkt OLD hinzu. So, dann irgendwie hier zur Seite klicken, dann wollen wir das bestätigen, also drücken wir auf Ja und dann starten wir Photoshop neu. Und dann sehen wir, dass alles auf Englisch ist. Das sehen wir nämlich hier oben, hier steht jetzt File, Edit und so. Und wenn du eine andere Sprache haben möchtest, musst du halt irgendeine andere Ändlung da haben. Dann musst du nochmal googeln und dann kannst du andere Sprachen nutzen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.